Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer, oder zu mehr oder weniger ersten Übung und zwar in Python. Wir wollen hier ein kleines bisschen üben für die Leute, die gerade Python lernen. Das heißt, das wird in meiner Python Tutorial-Reihe reinkommen. Allerdings nehme ich das Video, wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme und an meinem Desktop und so weiter sehen könnt, zu einem späteren Zeitpunkt auf. Das heißt, es wird alles ein bisschen anders aussehen, aber es funktioniert immer noch genau gleich und es kommt eigentlich auf den Code drauf an, den ihr schreibt und da will ich euch so ein kleines bisschen unter die Arme greifen und ja, euch sozusagen motivieren, eine Aufgabe geben. Denn das hat mich gewundert, viele von euch haben tatsächlich kein eigenes Projekt, was absolut cool ist, dass ihr dann trotzdem Python lernt, aber es ist natürlich schwerer, weil ihr euer Wissen gar nicht richtig anwenden könnt. Und da möchte ich jetzt so ein kleines bisschen eine Übung nachreichen. Okay, für die Leute, die mich jetzt schon länger verfolgen, das Video ist wahrscheinlich nicht für euch geeignet. Das ist relativ einfach, diese Übung, aber sie eignet sich sehr gut für Leute, die gerade anfangen Python zu lernen. Und genau das will ich eben hiermit fördern. Okay, gut, wir machen das so, ich werde euch erstmal eure Aufgabe geben und dann eine kleine mathematische Hilfestellung, denn ihr könnt nicht alles wissen, hier geht es nicht um Mathe oder sowas. Und dann werdet ihr das programmieren, könnt mich währenddessen pausieren und danach könnt ihr quasi weiter schauen und gucken, ob ihr alles richtig gemacht habt und vielleicht Probleme oder sowas lösen. Die Aufgabe ist mehrere Aufgaben aufgeteilt. Das heißt, wir werden die ganze Situation sozusagen mehrfach haben. Und ihr könnt einfach hier zu dieser Übung zurückkehren, wenn ihr sozusagen das neue Wissen habt, das ihr braucht, um die Aufgabe zu lösen. Okay, wir fangen an. Gegeben, also ich schreibe das gleich mal als Kommentar in die Python-Datei rein. Gegeben ist, wenn wir eine, also wenn wir das, das was wir einlesen wollen sozusagen, ist eine Temperatur, Temperatur in Grad Celsius. Die nennen wir C, okay? Und gesucht ist eine Temperatur in Grad Kelvin, die wir karnen. So, jetzt wissen wahrscheinlich viele von euch nicht mal, was genau Grad Kelvin eigentlich ist. Deswegen will ich das ganz kurz erklären. Grad Kelvin ist wie Grad Celsius eigentlich eine Temperatur. Und wir können das einfach, naja, umwandeln. Einfach so, ohne Probleme. Es ist einfach nur, Grad Celsius hat den Nullpunkt da, wo Wasser gefriert und Grad Kelvin hat halt den absoluten Nullpunkt. Das heißt, wenn wir 0 Grad Kelvin haben, dann ist halt wirklich eiskalt. Da geht gar nichts mehr. Also da ist wirklich, das ist so kalt, wie es überhaupt nur geht. Und das sind tatsächlich Minus 273,15 Grad Celsius. Das heißt, Kelvin ist gleich Grad Celsius. Und wenn wir 0 Grad Kelvin haben, dann haben wir, nee, Moment. Wenn wir 0 Grad Celsius haben, haben wir 273,15 Grad Kelvin. Das heißt, Grad Celsius ist im Endeffekt immer genau 273,15 über Grad Kelvin. Auf der anderen Seite, wenn wir 0 Grad Celsius haben, haben wir 273,15 Grad Kelvin. Also sagen wir hier einfach plus 273,15. Das heißt, Kelvin ist immer deutlich höher von der Anzahl her, weil Grad Celsius kann halt im Negativbereich gehen. Also wir können bis zu Minus 273,15 Grad Celsius physikalisch erreichen, während wir nie weniger als 0 Grad Kelvin erreichen können. Und ja, das ist im Endeffekt eure Umrechnung. So, und jetzt ist eure Aufgabe, einfach so ein ganz einfaches Skript zu schreiben, dass das für euch berechnet. Okay, gut, dann pausiert mich mal und wir machen das gleich zusammen. Okay, da sind wir wieder. Heute geht es weiter, beziehungsweise jetzt geht es weiter. Wir wollen als allererstes mal unsere Grad Celsius Temperatur einlesen. Und das machen wir, ähm, gib, machen wir folgendermaßen, gib die aktuelle, oder gib die Temperatur, Temperatur in Grad Celsius ein Doppelpunkt. So, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie das, was eingegeben wird, speichern. Das heißt, wir schreiben uns einfach eine Variable. Ich habe vorhin gesagt, wir nennen sie C, weil C für Celsius steht. Okay, das ist tatsächlich so. Und, ähm, jetzt können wir hierher gehen und können sagen, okay, wir wollen damit rechnen. Das Problem ist aktuell, wenn wir was eingeben, haben wir einfach auch nur Buchstaben. Das heißt, es wird nicht als Zahl interpretiert, sondern als Buchstaben. Deswegen müssen wir hier sagen, okay, eigentlich müssen wir das Ganze noch in eine Gleitkommazahl umwandeln, die sich dann mit Float ergibt. Gleitkommazahlen, ähm, deswegen, weil wir hier auch 0,5 Grad Celsius haben können, oder 0,15 oder sowas, ähm, und deswegen brauchen wir eben Gleitkommazahlen. Ansonsten können wir auch ganz Zahlen nehmen, das wäre dann mit Integer oder Int einfach nur. Aber, ähm, wir brauchen Gleitkommazahlen, also sagen wir einfach C ist gleich Float von C. Damit überschreiben wir das, was hier in C drin stand und wir haben jetzt da eine Gleitkommazahl drin. Okay, jetzt wollen wir das Ganze umwandeln in Kelvin. Das heißt, wir sagen, K ist gleich das, was wir bei C rausbekommen haben, plus 273,15, okay? So, relativ einfach und jetzt geben wir das Ganze aus. Oder wir sagen die, ne, wir sagen einfach nur Print K, okay? So, und jetzt führen wir das Ganze aus, indem wir hier einfach Python Temperatur.py eingeben, gibt die Temperatur in Grad Celsius ein, wir haben aktuell so circa 20 Grad, also haben wir 293,15 Grad Kelvin. Ähm, sieht nicht ganz so schön aus, deswegen sagen wir hier, okay, wir hätten ganz gerne hier, das sind Kelvin. So, warum habe ich jetzt hier STR von K drum gemacht? Naja, ganz einfach, wenn ich das hier jetzt als, ähm, als Zeichenkette ausgebe, muss das in der Mitte, das ja eigentlich eine Zahl ist, auch eine Zeichenkette sein. Deswegen habe ich hier dieses STR um das K drum herum geschrieben. Und jetzt kann ich das nochmal machen, ähm, ich kann 20,5 Grad mal machen, dann haben wir 293,65 Grad Kelvin. Das Grad kann man weglassen, einfach nur Kelvin reinschreiben, das ist okay. So, okay, und jetzt würde ich euch empfehlen, das Ganze ein bisschen besser zu machen, denn aktuell habe ich das Problem, und das ist eure nächste Übung, wir können hier Wurst eingeben, tatsächlich können wir Wurst eingeben, und dann haben wir ein Problem, denn dann stürzt unser Programm ab. Hier steht nämlich jetzt, could not convert string to float. Das bedeutet so viel wie, ich kann es nicht in eine Gleitkommazahl umwandeln, weil Wurst halt einfach keine Gleitkommazahl ist, okay. Und das müsst ihr jetzt sozusagen noch abfangen, ähm, und sozusagen Fehler ausgeben, wenn das Ding abstürzt, das könnt ihr machen. Und eure nächste Aufgabe ist es, das alles mit einem, in ein sinnvolles Programm umzuwandeln. Das heißt, ähm, ihr sollt das nicht einfach nur so runterschreiben, sondern ihr sollt ein Main drin haben, und ihr sollt das Ganze, ähm, mit einer Funktion aufrufen, und, ähm, ja, dann sehen wir uns dann wieder, wenn ihr das gemacht habt. Bis gleich. Okay, herzlich willkommen zurück. Jetzt machen wir genau das, was wir gerade gesagt haben. Wir probieren erstmal hier aus, ob das sozusagen eine Gleitkommazahl ist, und wenn es keine Gleitkommazahl ist, dann geben wir aus, dass man bitte eine Gleitkommazahl eingeben. Das machen wir in einer Funktion. Also jederzeit, wenn ihr irgendwie einen Denkanstoß bekommt, und dann vielleicht auf eure Lösung kommt, dann pausiert ihr mich, und macht danach weiter, oder guckt danach weiter, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Also, jetzt zum Beispiel. Wir wollen das hier, weil wir es in Float umwandeln wollen, wollen wir es auslagern. Ähm, genau. Und ja, das wollen wir hier mitmachen, indem wir hier einfach sagen, okay, ich schreibe mir hier jetzt eine Funktion rein, def, äh, get, äh, get, äh, temp, für Temperatur, ähm, temperature oder Temperatur, nennt wie ihr wollt, ähm, relativ egal. So, und wir wollen jetzt hier drin den User fragen, gib doch bitte eine Temperatur in Grad Celsius ein. So, ähm, und das machen wir aber immer, also dauerhaft, so lange, bis er auch wirklich eine gültige Temperatur eingibt. Denn er kann hunderttausendmal Wurscht eingeben oder irgendwas anderes, was einfach keine Temperatur ist. Und wir wollen ihn aber trotzdem jedes Mal neu fragen, gib doch bitte eine Temperatur in Grad Celsius ein. Okay? Okay, wir probieren das jetzt, also so, so lange aus, bis es auch wirklich funktioniert. Ähm, und wir wandeln das um, wenn es nicht funktioniert hat. Also, try. Wir probieren erstmal aus, ob das ganze Ding sozusagen eine Zahl ist. Wir probieren es umzuwandeln. Und zwar, was probieren wir denn? Naja, wir probieren das Ganze in ein Float umzuwandeln. Und wenn das funktioniert hat, dann geben wir C zurück. Wenn es allerdings nicht funktioniert hat, except Value Error, das ist dieser Fehler, der Name von dem Fehler steht auch immer hier. Wenn wir diesen Fehler bekommen, dann wollen wir irgendwas anderes tun. Value Error. Ähm, und dann können wir hier sagen, wir wollen zum Beispiel ausgeben, Print, das ist keine, gültige Angabe für eine Temperatur. Okay, und das machen wir sozusagen die ganze Zeit, bis es, bis es endlich mal kapiert hat. So. Dann, die nächste Funktion, die wir schreiben, ist Def, ähm, Convert, also man schreibt normalerweise die Funktion auf Englisch, Convert to Kelvin. Und man schreibt eigentlich alles klein mit Bodenstrichen dazwischen in Python. So, jetzt Convert to Kelvin. Okay, gut. Wir wollen dann am Ende einfach K ist gleich C plus 273,15 haben. Und wir wollen natürlich K wieder zurückgeben, denn K ist ja unser Ergebnis. Jetzt ist das Problem, wir müssen C auch irgendwie haben. Das machen wir über einen Parameter. Wir sagen hier einfach C. Das muss übergeben werden. Und, ähm, das ist die nächste Funktion. Das war es eigentlich auch schon. So leicht geht das Umwandeln in Funktionen. Und jetzt können wir hier sagen, if name gleich gleich main, das ist die normale Struktur von einem Programm. Dann wollen wir haben, ähm, wir wollen erstmal die Temperatur einlesen, also get Temperature. Temperature. Und das, was da rauskommt, dieses C, also diese Temperatur, die wollen wir einspeichern in C ist gleich. Es kann auch ein anderer Name sein. Es muss nicht dasselbe sein. Und dann wollen wir ausgeben, das sind Convert to Kelvin von C Kelvin. Das bedeutet, wir, ähm, lesen sozusagen erstmal aus, wie viel Grad wir da eigentlich gerade haben, konvertieren das Ganze dann zu Kelvin, wandeln das, was wir ausgerechnet haben, in einen String um, also eine Zeichenkette und die geben wir wieder aus. Und das ist unser Programm. So, jetzt filmen wir das Ganze nochmal aus. Äh, es scheint, als habe ich mich irgendwo vertippt. Ähm, ach Gott. Ähm, ja, das passiert jedem von uns mal, dass wir einfach eine Klammer vergessen und das Ganze uns dann um die Ohren fliegt. So, jetzt steht hier, gibt die Temperatur in Grad Celsius ein. Okay, ähm, sagen wir, es ist wärmer geworden. Wir haben 25 Grad Kelvin. Äh, Grad Celsius. Dann haben wir 298,15 Grad Kelvin. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also, unser Programm fängt hier an bei if name gleich main und geht dann her und liest sich get temperature, also das, was da rauskommt, äh, liest es sich in C ein, konvertiert das dann in Kelvin und produziert uns ein String. Was passiert denn jetzt, wenn wir irgendwie die Mist eingeben, dann steht hier, das ist keine gültige Angabe für eine Temperatur und er fragt mich noch mal nach einer Temperatur. Jetzt sage ich ihm, minus 10. Immer noch keine gültige Angabe für eine Temperatur. So was aber auch. Was passiert denn, wenn ich minus 10 so eingebe? Ah, dann funktioniert's. Perfekt. Und ja, das ist auch schon unser Programm. So, ähm, jetzt, tatsächlich ist das alles, was ich für diese Übung mit euch machen wollte. Gebt mir gerne Feedback dafür. Ich habe noch ein paar weiterführende Übungen für euch. Erweitert das Programm nochmal. Es gibt auch noch Grad Fahrenheit, da findet ihr die Formel im Internet. Probiert euch da dran mal aus. Ähm, außerdem könnt ihr noch Sachen machen, wie ihr könnt für minus 10 auch noch akzeptieren und das Ganze dann so umwandeln, dass minus 10 als Eingabe auch akzeptiert wird und so weiter und so fort. All das sind Übungen, die könnt ihr machen. Versucht das einfach so komplex wie möglich zu machen. Ähm, und ja, tobt euch da mal so richtig schön aus. Das war's von meiner Seite. Wir, ach genau, halt stopp, nein, es war's noch nicht von meiner Seite. Ihr könnt auch noch die andere Richtung machen. Ihr könnt zum Beispiel den Nutzer auswählen lassen, ob er zuerst, oder ob er von Grad Celsius in Grad Kelvin umwandeln will, ob er von Grad Kelvin in Grad Celsius umwandeln will, von Fahrenheit in Kelvin, von Kelvin in Fahrenheit, von Fahrenheit in Celsius und von Celsius in Fahrenheit. Im Endeffekt sind es sechs Möglichkeiten, die ihr habt. Ähm, und ja, lasst die Nutzer doch auswählen. Und genau, dann probiert einfach mal da aus, was ihr alles machen könnt. Ähm, und ja, viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.